Untertitelung des ZDF, 2020 Bei mir brennt eben manchmal eine Sicherung durch Stella! Du bist so schön, Joe Verarsch mich nicht Hey, sag mal, Boxer eigentlich noch? Mandy und die anderen sagen, ich bin vielleicht lesbisch Ich muss Boxerin werden Ich hab Geübt Guck Ich bin Joe Ich trainiere schon mein Leben lang Mein Vater war Boxer hier im Club Ich will, dass ihr sie gut behandelt Das ist kein Problem für mich Ich bin nicht aus Glas Wieso kriegt die Fotze eine Sonderbehandlung? Wieso? Und, hab ich Talent? Ich seh doch jetzt wie so ein richtiges Hühnchen aus, oder? Hast du eine Handynummer? Vorsicht, ich bin gefährlich Du hast eine Figur wie ein Sportwagen, weißt du das? Was hast du denn auf einmal gegen mich? Von mir steck dir einen Finger in den Hintern, aber lass mich in Ruhe, okay? Und in die Ecke Wenn sie dich trifft, dann schlägst du noch härter zurück Noch viel härter Du bist da, dein Leben lang nicht zu sein, oder? Ja, ich bin glaube ich, wenn du siehst, wie du siehst? Du bist da, dein Leben lang nicht zu sein, oder? Und du bist? Ich bin einfach, ich bin hier nicht zu Hause, okay? Wiederhä MLM, da sind so einDayaus, wie ich dich tror, wie du siehst, oder? Du bist die AstraZone? Du bist die AstraZone Und du bist das